Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir sind in der Hochburg Ibsen und habe im letzten Part Steiner statt Wibi mitgenommen gehabt. Und das war nicht so schlau, aber jetzt läuft es, jetzt läuft es gut. So, wir machen wieder mal die Truhe auf. Oh, eine Katzenkralle, wer hätte das gedacht? Und ja, wir werden hier einige Male trainieren müssen, dürfen. Und ich muss abermals zum einen die Abilities wieder einsetzen, zum anderen ankleiden, weil die gute Aiko ist schon sehr gut unterwegs. Und da schauen wir mal, wir nehmen die Hammelflöte mit, Vigra, Stärke und Juwel kann die gute lernen. Juwel? Das möchte man anschauen, was Juwel ist und so, ne? Ähm, gutmäßig, glaube ich, ist die gute mehr als bedient, da geht nix. Hier haben wir nix, hier haben wir. Ja, die Heiligenrobe, genau, die Phoenix Dawn ist auch schon out. Da hatten wir diese Stiefelchen, ne? Genau. So, abermals anlegen, ähm, für den guten Bibi, ja, den braucht er noch. Was haben wir denn für den Hütelein? Da, schau mal, Goldkäppchen, das kann er brauchen, das ist supi. Was haben wir da, nix? Ein Geierkittel, ist auch schon out, nehmen wir den Kraftkittel für ihn. Den Schwurring hat er gleich, Zauberneutron, okay. Hat er auch gleich, oh, Ability müssen wir noch schauen. Anlegen, da war, glaube ich, äh, was haben wir denn da für ihn? Gar nix? Liegst da, okay. Quantum Ability schauen, bei dir, mein Lieber. Du müsstest, ah, du kriegst das erst, Entschuldigung, anlegen. Natürlich anlegen, Entschuldigung. Bistrogarl hatten wir schon, da gibt's nix besseres, Goldkäppchen braucht er noch. Schmerenarmleif ist, glaube ich, auch nix besseres, mag er, gute, war was. Dann konnte er diese Fressrobe haben. Halsduch, äh, richtig, mit dem Garnett, so. Jetzt geht er, Ability, Ability mit Linden, so. Das war's, da weile mal, genau. So, ähm, ich muss das Ganze nochmal, ich wollte das Ganze nochmal speichern. Für den Fall, dass ich verrecke. Hat ja super hingehauen. Ah, jetzt ist das Hund da, genau. Der war Feuertübide. Ich werde gleich sofort Karsunkel dann verwenden. Ähm, ich bin der Karsunkel, der lebt halt. Nein. Hat sie natürlich nicht, weil ich doof bin. Literal doof bin. So, klauen. S-Magie, da würde ich gerne Eisgar probieren. Probieren. Oh, das ist mir nicht so schlecht. Ich wollte nur mal schauen, ob's auch klappen muss. Feuerspuk, genau. Das trifft es alle noch. Eiko wieder tot, ne? Oh, Glück gehabt. Einfach nur Glück gehabt. Diebstahl fehlt geschlagen, macht nichts. Quina versucht sein Glück, wo schwächer werden, ja. Eiko-Line. Wir rufen... ...mit der Gartenkinder, oder? Wir heilen mit Regina. Ach so, das auch immer nur einzeln. Dann mit Vitra und Zidane stipitzt weiter und hoffen, dass der Brutaline jetzt fressen wird. Ich hoffe, dass wir das sehen. Ja, die Stein stipitzt, jawohl. Und? Jawohl, perfekt. Reinkarat, so wird's heißen, ne? Oder Reinkarat, wohl passt schon. Reinkarat, ne? Goldwert, ne? Weil passt schon so. Yeah, wup, wup, wup. Einmal für Zidane, einmal für Vivi. Und Vivi und Quina haben was gelernt. Opal haben wir bekommen und fast 3000 Geld. Und das ist toll. Das heißt, wir dürfen wieder... Wir dürfen wieder umrüsten. Was hast du denn da jetzt Tolles gelernt, mein Lieber? Den Schwuring, glaub ich, ne? Den haben wir fertig. So, was gibt's noch Schönes für dich? Da haben wir was. Immer hast. Hermes Stiefel. Hermes Stiefel, jawohl. Und der gute Quina mit... Boah, was war das jetzt? Die Fressrobe, ne? Aber die scheint eh für ihn zu sein, eigentlich. Die wird wieder was Schwächeres geben. Geierkittel. Sonst braucht die eigentlich nichts, ne? Und hoffen, dass jemand anderes das anziehen kann. Aber eher nicht, oder? Diese Fressrobe ist definitiv für ihn gedacht. Glaube ich. Gut. Dann wird's jetzt Zeit... Servus. Fürs Speichern. Nur ganz schnell und ganz kurz. Ja. Den nächsten. Hier bitte. Jawohl. Perfekt. So. Und vierte. Also wie gesagt, da ist nix, ne? Dann würde ich sagen, wir... Geht denn nach oben, oder nach oben? Ich würde sagen, nach oben. Okay, nach oben geht's nicht. Warte, nach oben. Hui. Da oben ist eine Truhe. Die will ich haben. Hm. Da kommt jemand hoch. Vielleicht kann ich von oben nach unten stürzen, irgendwie. Oder es geht hier einfach frisch, fröhlich weiter. Das kann natürlich auch sein. Oder es ist hier gar nix. Das. Ah, doch. Wollte ich hier. Da, da. Hm? Hm? Okay. Hm? Warte mal kurz. Wie lief das hier noch schnell? Mit dieser Truhe? Man muss dich irgendwo unterstürzen, oder? Warte kurz. Ist mir gerade ge... Ist mir... Ja, sicher. Ist mir gerade nicht geheuer, wollte ich sagen. Ähm, wenn ich mich noch schnell schauen, ob ich irgendwie zu der Truhe jetzt da hochkomme. Weil ich glaube, ansonsten schippt es, dass wir haben, glaube ich. Aber wir machen gleich. Ja, jawohl. Aber wir machen gleich Himmelswind. Ja. 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 Angriff. Angriff. Ja. Das bringt's mir wenigstens. Können wir jetzt lieber stecken? Ja. Was? Wie glaub ich das war schon. Die Brand-Meldschad, die er macht, es ist lächerlich. Quina nein. Warte, Natur. Quina könnte... Warte, was ist Wasser, ne? Was ist rein, Karatei? Na dein zwei Kampfefähigkeiten, denke ich. Aber nicht im Ernst. Au! Au! Das ist natürlich geil! Oh, das war zu viel, viel. Da hat es nun gebracht. Ja, super. Das ist ja toll. Wir haben den richtigen gefressen. Frisch. Super. Oh, jemand hat Level ab erreicht. Ich war zu schnell. Ich denke, es wird Eiko gewesen sein. Ein Opal und Frast. Frast drei draußen. Grädl. Verstehst du? So. Ich will die Truhe. Ich will die Truhe. Aber ich mit Komfort am Argon. Stibitzt sie. Die kommt mir so vor. Oder. Oder. Ja, ja, schon. Mir kommt vor, Mara Gonsch. Die Bits sind. Entschuldigung, wollte ich nochmal überprüfen. Wir werden sie gleich sehen. Wir werden sie dann eh sehen. Keine Panik. In der Hochburg es ist. Ich bin. Da bin ich auch gespannt, ob wir diesen... So. Ob wir diesen Typen da füttern können. Diesen Stein holen. Ich brauche dringend Eter. Ich würde sagen, ich raub ihn da aus. Und der liebe Quina. Was nehmen wir denn? Jetzt kann der Quina pfeilen. Senkt Tablet des Zielobjekts auf eins. Wenn das funktioniert. Ich bin entspannt. Eter, 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 Eter. Zelt geklaut. Quina pfeilen. Hat sie genau? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ich hoffe doch. Und jetzt auf den Bitten passen. Vielleicht mit Eis. Oh, Quina. Feuer mal futtern. Ich habe sie da nicht vergessen, seine bessere Waffe auszulüstern. Fällt mir gerade auf. Oh, oh. Nicht toll. Mh, mh. Macht aber nicht damage. Äh, was machen wir dir? Ich muss schwächer werden. Feuer, genau. Ich muss schwächer werden. Das weiß ich gerade jetzt. Ich kann mich jetzt einmal mit Feuer probieren. Und bei dir? Ja, ich gebe jetzt mal doch mal weiter. Ich muss noch mal mitfressen. Jawohl. Das wird er hoffentlich wegfutern. Hoffentlich wäre es. Heilige Makini. Auf jeden Fall auf Ico, wenn es noch funktioniert. Perfett. Haha. Ich werde auch mal Eisgar auf den Kerl probieren. Ungenießbar, Mh. Ist er weg? Jawohl. Wenn er es auch ungenießbar, dann passt er schon. Was? Ich weiß nicht mehr. Äh, ich rieße Fenrir. Ich bin jetzt nah. Oh, das hat mir gekitzelt. Oh. Nehmen wir den noch dazu. Nicht genießbar, Mh. Ja, fürs Fehlschlag, ich weiß. Ist eigentlich Zeit für Schwächer, was ich hier mache. Und, gehst da hin? Boah. Aber wie, wie macht das jetzt? Was? Der lebt immer noch? Bio. Jetzt ist er nicht. mit der Zeit. Bravo, Zitane! Ja, bravo, Vivi. Vollgeerlehrt und Wububub für Quina level up erreicht und ja, starkes 7.000 Gild bekommen. Vivi haben die Gargoyle-Karte bekommen, eine Phönix-Feder und wie viel war das? Ich glaube, 7.000 Gild oder so. So circa in etwa. Das heißt, wir müssen umrüsten. Wer hat jetzt was gelernt? Und der Vivi wieder anlegen. Okay. Brauchen wir jetzt wirklich Quina? Geil, der dauert noch. Der tolle level up erreicht, sowas. Genau. Also, weiter geht's. So. So, jawohl. Hoch, runter. Jetzt noch weiter rauf. Wird's nicht wenig springen, ne? Na. Ähm. Na. Links. War das so schlau? Ich habe keine Ahnung. Ja, das war schlau. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Komm nachher. Du Bastard. Aber das ist gut so. Wir müssen eh, wie gesagt, leveln. Das passt schon so. Und das Hündchen ist wieder da. Einfach den Hauen, meine Herrschaften. Oh, der beschwert sich immer, das ist normal für den Kiech. Nasshaut, wacke ich. Eine Wasserattacke, ne? Ich habe schon wieder vergessen, Zutane sein neues Müssen zu geben. So. Haha, verfehlt. Und die gute Eichroh. So, die Befragung nochmal in Assehaut. Und... So. Können wir ein Stück bisschen ausziehen. So. Und noch mal viel hier. Oh. Heidel, der ist schon bald schlauer gewesen. Oh, nochmal Maiska. Oder auch so. Bravo, Quina. Bravo, bravo. Bam, 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 bam. Bam. Super. Witzker. Buh, buh, buh. Einmal für Vivi, einmal für Eiko. Subi, Level up erreicht beide. Äh, Opal und fast 3000 gilt. Das ist schön. So, wir müssen da zurück. So, wir müssen da zurück. Und... Nicht hinunterspringen. So, warte. Nochmal hoch. Nochmal hoch. Nach rechts. Nach rechts. So. So, dann geht's hier weiter. So. Ja. Zuerst hier, glaube ich. Aha, das geht so nicht. Oder doch? Runterspringen. Ah, okay. So, was? Den haben wir auch. Eine Route. Haha, lang ist's hier. Echt wahr? Oh, ich weiß gar nicht. Unten war jetzt nur... Ah, der geht's runter. Sowieso. Ah, bringt's nix. Okay. Das wollte ich noch überprüfen. Das heißt, wir dürfen rauf hier. Rauf, 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 rauf. So. Dann hier lang. Na nü. Was haben wir da für eine Kette? Ein Lift. Ach so. Oh. Das war nicht so schlau. Tja. Tja. Besser zu spät als gar nicht. Aber der Sieg gehört trotzdem, also geht trotzdem an mich. Jawohl. Wie ich vermutet habe, die anderen sind dir nur ein Klotz am Bein. So hattest du gegen mich natürlich nie eine Chance, Zitane. Und? Hast du den Schlüssel noch gefunden oder nicht? Ich denke, diese Wand da ist der Schlüssel. Bin aber nicht ganz schlau daraus geworden. Aber was kümmert mich das? Was meinst du jetzt schon wieder? Jetzt, wo ich weiß, dass mein Weg der richtige ist, habe ich keinen Grund mehr, dir zu folgen. Na dann, tschüss. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, stehen wir uns vielleicht im Kampf gegenüber. Beste Tage. Äh, das schon. Was für ein unmöglicher Mensch. Ich, ich könnte platzen vor Wut. Mhm. Aber es ist sein Leben, oder? Wenn er damit zufrieden ist, dann, na. Na dann soll er doch. Und fertig. Wir sollten uns beeilen. Das wollte ich jetzt gerade nicht. Kann man nochmal raus? Ja. Ich wollte eigentlich zuerst und so hier mal schauen. Irgendwas stimmt hier nicht. Weitergehen. Dagegendrücken. Dagegen schlagen. Mal in Ruhe nachdenken. Oder doch bloß Einbildung. Ah, schön. Ich wollte nur schauen, ob es hier wieder etwas Verstecktes gibt. Aber nö. Alles gut. Dann gehen wir wieder rauf. Wahrscheinlich dann, wahrscheinlich wäre es dann richtig gewesen. Zuerst oben die Karte da. Ne? Das komische Ding hier. Huch. Da irgendwas. Da irgendwas. Nein. Nur mitig, ne? Aber hallo. Da steht ja auch was. Meine Kraft wird von einem brodelnden Krater hoch oben auf einem Berg beschützt. Aha. Siegel des Feuers. Siegel des Feuers erhalten. Was ist dann hier noch? Aber hallo. Hier steht ja auch was. Meine Kraft ist umgeben von Landmassen und wird von den Tiefen des Wassers beschützt. Siegel des Feuers. Siegel der Wetter. Was haben wir da? Aber hallo. Hier auch. Meine Kraft wird durch einen kaum bezwingbaren Sturm beschützt. Hm. Siegel der Wetter. Und da? Aber hallo. Und Überraschung, Überraschung. Na klar. Hier auch. Meine Kraft wird durch ewiges Beben in den Tiefen der Erde beschützt. Siegel der Erde. Okay. Das war's. Huch. Okay. Wir haben was wir wollten. Kein Grund also hier noch länger herumzuhängen. Wie ihr diese Büchstern, die ihr so lesen könnt? Ja, genau. Dieselben merkwürdigen Schriftzeichen wie in Oilwert. Aber ich glaube, Hilda hat recht. Diese Teile an der Wand sind ganz bestimmte Schlüssel, um das Segel zu brechen. Egal. Das können wir alles draußen austüfteln. Jetzt erst mal schnell wieder an die frische Luft. Sie setzt die Spiegel wieder ein. Wer ist da? Oh, oh. Der Energiefluss ist unterbrochen. Der wichtige Energiefluss nach Terra. Seid ihr diejenigen, die Terra stören? Was ist das denn für ein Viech? Ich bin der Lamanzin Naut. Noch einmal setzt die Spiegel wieder ein. Du kannst sie rumbrüllen, wie du lustig bist. Aber die Spiegel geben dir nicht mehr aus der Hand. Wie ihr wollt. Dann werde ich sie mir eben zurückholen. Oh, oh. Und das wieder bevor der Part zu Ende ist. Oh, oh. Und Stiepitzchen. Wir rufen. Feenre wird nichts bringen, also Phoenixlein. Ich habe wieder die Waffe vergessen. Ah, Phoenix auftritt. Dann schauen wir schon an. Hier ist die Spiegel. Das rief gut. Wir brauchen Mana. Ähm, ich werde jetzt noch mal mit Wasser gehen. Wer hat mit Wasser gekriegt, ist es. Sedanelein, du musst da erst die Spitzen. Aiko, du brauchst unbedingt Äther. Jetzt kommt der Platz. Und wir teilen. Ja. Das hat mich besser. Gerade eben. Ich glaube... Na, für wie mit Salz ist der raus? Der bekommt ja normalen Esel. Ah, verfehlt. Okay. Sauber. Elizier geklaut. Und Aiko sauft sich einen an. Natürlich nur mit Gummibärensaft. Ist doch selbstverständlich. Und selbst erklärend. Und dann würde ich sagen, Totalabwehr. Einrollen. Aha. Hart. Wie Klubstahl. So. Dann würde ich sagen, Heidlen. Ähm. Ja, Sedane. Dann würde ich sagen, Volga. Ja. Dann würde ich sagen, Klauen. Jawohl. Volga. Hier würde ich sagen... Aha. Okay. Auch mal eine Eterfette Kuh, den Kwinner. Wusch. Eiko ruft inzwischen Rubin-Karfunkel. Einen kleinen süßen Karfunkel-Kubi. Hat sich auch gegen Magie ein bisschen geschützt. Können wir zwar leider dann heiden, auch nicht wirklich. Aber... Dann gehen wir mal kurz durch. Rubin-Klar. So, jetzt müssen wir mehr als gut geschützt sein. So. So. Ich würde sagen, wieder. Mhm. Das hat Schaden gemacht. Gar nicht mal so wenig. Ich würde sagen, wieder den Phönix. Mhm. Oh. Scheiße. Ich bin jetzt kaputt. Lebensflamme. Ja. Jawohl. Ich bin ja lebt wieder. Perfektes Timing, echt. Für den Phönix. Jawohl. So. Jetzt wird es vielleicht derweil nochmal gut. Ein bisschen langsamer dran zu machen. Das wäre vielleicht echt gut, ein bisschen langsamer zu machen. Ähm. Heiden wäre vor allem auch nicht schlecht. Na. Vitra müsste reichen. Warte. Machen wir mal aufs Sammeln. Klauen. Perfunkri ist, glaube ich, weg. Das heißt, wir können wieder heilen. Ich würde... Ich nehme mal den Kurs mit. Liebstahl fehlt geschlagen. Das ist lauer. Ähm. Vielleicht einmal noch den Phönix. Okay, den Reh wird es nichts bringen, ne? Weil er schwebt. Gut, das wird, äh, keine Wirkung haben. Öffnen. Ach so. Oh, oh. Jetzt würde er mir schaden, ne? Ups. Ich würde sagen, warum sind sie alle eigentlich? Ich werde aber trotzdem den Himmelswind nochmal einsetzen. Ja, wenn nicht nötig, aber... Tranchiert. Sauber. Sauber. Vielleicht können wir uns ja noch ein bisschen runterschwächen. Viel traue ich mich allerdings nicht. Du bist sicher, ich werde dann das Dach nicht bekommen. Die Wiese Dacke lassen wir uns ruhig gehen und dann, ähm, ja, er wird den Part gehen. So. Boah, jetzt ist er hin, ist eh klar. Bravo, ich hab die Sachen leider nicht bekommen. Ja, super. Ach, dreckig. Dafür erlernen sie haufenweise Fähigkeiten, Nevi und Aiko, sehr gut. Und, was, 120.000 Gil, war das, na, das stimmt nicht. Ähm, 12.000 Gil war das, Entschuldigung. Einer ist alle, alle sind einer. Könnt ihr das Segel nicht brechen? Äh, falsch, ihr könnt das Segel nicht brechen, so. Gut. Blöd gelaufen, konnte ich nicht alle stupitzen. Bibi hat einfach zu viel Schaden gemacht, der böse kleine Junge. Naja, was soll's. Ähm, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.